Und damit hallo und herzlich willkommen zurück beim Minecraft Story Mode. Wir sind gerade immer noch beim Endercon Competition und hoffentlich gewinnen wir dieses Mal den Competition nicht so wie die letzten sieben Jahre, wie wir gerade erfahren haben. Also stürzen wir uns mal mitten rein ins Abenteuer. Wow, Handshake? Wir haben keine Handshake. Wir machen nur einen ab. Wir nennen es die... Äh, die Kriegerkrade, die Red Sun Trap, der Geier, der Erbauerfaustschlag. Nehmen wir den Erbauerfaustschlag, der hört sich darauf... Ja, nehmen wir den. Der Erbauerfaustschlag. Und bitte, bitte, schau nicht, dass wir uns auf dem Weg zum Zentrum. Ähm. Hm. Und so ähnlich wie das bin ich wieder nervös. Nicht so ähnlich. Wir können das tun. 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 Auf drei Team. Let's do it. Und los geht's. Wissen wir, was wir machen müssen? Kuh. Okay. Wir bauen die unteren Ebenen. Als erstes mal das Feuerwerk. Oh nein. Ein Feuerwerksdispenser. Ich bin so Angst. Ich bin so Angst. Du beschäftigst über eurem Haus. Und du beschäftigst über unsere. Genau. Genau. So. Das wäre geschafft. Jetzt müssen wir noch den Zombie bauen. Also. Schnell aufeinander stapeln. In lila? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und jetzt? Der Moment der Wahrheit. Hier geht nichts. Wow. Das sieht so cool aus. Wir werden das sicher gewinnen. Wie kann jemand nicht einen Zombie lieben? Gute Geil, Jessie. Ja. Sehr cool. Aber hoffentlich facken wir uns das Ding nicht ab. Die Leute schauen uns an. Gute Beine, Mann. Was? Keine Ahnung. Es ist nur ein paar verletzte Wolfen. Woops. Woops. Oh nein. Ruben. Oh nein. Ruben ist auf Feuer. Ruben. Komm zurück. Das war Aiden. Der Lava ist näher. Komm schon, hilf mir Ruben zu finden. Wir müssen etwas tun. Aber unser Bild ist jetzt zu kalt und Flammen. Ihr seid alle bleiben und schrauben die Bild. Wir müssen sie aufhören, Jessie. Beide auf. Wir werden mit euch in Endercon treffen. Ruben. Und wir sind im Einsamen allein im Wald. Ruben. Wo bist du? Gib mir nur ein Oink, wenn du mich hörst. Oink oink. Was haben wir denn da? Hufspuren. 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 Ähm. Okay. Können wir da lang weiter gehen? Wir gehen hier auf jeden Fall, äh, Fußspuren von Ruben anscheinend lang. Ruben. Ich will nicht hier in der Nacht sein. Ruben. Ruben. Komm her, Junge. Hufspuren. Hm. Ich höre... Sie sind definitiv zu einem Oink. Hm. Es gibt keinen Weg, dass Ruben diese auf seine eigene gemacht hat. Hey Ruben! Ich habe eine Karotte für dich! Wo bist du, Junge? Wo könnte Ruben bloß hingegangen sein? Finden wir hier weitere Hinweise? Oh. Ruben? Bist du da drin? Ja, bestimmt. Vielleicht. Ruben. Wo bist du, Junge? Okay, sie machen alle Platz da, also Ruben garantiert nicht mit bei. Hm. Stöhne Schweine. Okay, blöde Schweine. Ruben? Nein, nicht du, Junge. Böden? Alle Böden, aber Ruben. Halt! Ja! Oh nein! 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 Böden! 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 Oh nein! Böden! 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 Bitte nicht gefeiert, Ruben! Ja! Ja! Puh! Okay, jetzt ist nur... äh... das Kostüm, was hier brennt. Wir machen's mal lieber schnell aus. Aber wir müssen immer noch ihn finden. Okay, er ist bestimmt in die Höhle gelaufen. Schweine rennt immer in Höhlen. Kannst du mich hören, Junge? Ruben! Da bist du! Hey, Freund. Willst du eine Karate? Alles klar? Lass uns raus, Ruben. Ich hoffe, du bist bereit für etwas mehr Gehen. Wir müssen zurück in die Stadt, wenn wir nicht in die... Ruben! Ruh! Schnell weg! Wir haben ja nicht mal ein Schwert, oder? Ich denke, wir sind gut. Ich denke, wir haben es geschafft. Bogen schützen. Bogen schützen. Ausgewichen. Okay. Wohin? Was machen? Wie tun? Und die Zombies kommen. Okay, wir müssen wahrscheinlich weg. Nein, wir kämpfen. Wohin! 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 Du! Und weg! Okay, müssen wir jetzt gegen alle kämpfen. Ich hoffe natürlich nicht. Nein, unser Schwert ist zerbrochen. Oh ja! Die blöden Holzschwerter! Und jetzt kommen wir an eine Spinne. Äh, lauf ich, lenke sie ab. Bleib dich bei mir. Ich beschütze dich. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Oh nein! Äh, ich! Oh nein! Er hat dich bekommen. Ähm, okay. Äh, äh... Schnell runter mit dem Viech! Komm schon, komm schon! Äh, eh! Und weg! Zu, da sind einfach viel zu viele Gegner, als dass wir die so einfach hier wegkriegen. Ah! Mit der Spitzhacker, immerhin! Komm schon, lass uns aus dem Öl. Und wir haben Spinnenseide bekommen. Natürlich haben wir Spinnenseide! Mitgenommen erst mal. Okay, wir gehen anscheinend in den unterirdischen Bunker. Ich will dir was zeigen. Nicht, dass das nicht ein wirklich cooles, schmerztes Tunnel. Aber wie weit weg ist das Ding, das du mir zeigen willst? Wichtig! 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 Aber hast du schon mal gesehen... ...eine Wither-Skull gesehen? Wichtig! 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 Du warst im Netter! Das ist Wahnsinn! So cool! Warum hat er sich das Ding gesorgt? Das klingt verdächtig! Wichtig! 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 Ich habe eine super coole Statue gebaut, aber trotzdem... Es ist ziemlich süß, dich zu sein, oder? Du weißt, du könntest mit mir kommen. Okay, wir stürzen unseren Abfeuern. Äh, ich bin dabei... Äh... Ob das gut geht! Also, Truhe öffnen! Wichtig! Wichtig! Hier geht's! Jackpot! Jackpot! Crafting! Sooo... Just place the pieces on the table! Rezept! Okay! Kriegen wir hin! Ah! Einfach so! Gut verstehe! Da hin! Da hin! Und natürlich da hin! Ich krieg' ein Schwert! Wow! Wie geil! Siehst du? Ist es besser, wenn du es dir selbst machst? So! Und wie es hier weitergeht mit der anscheinend Heldenaktion, sehen wir morgen hier auf meinem Channel. Also, wir sehen uns morgen hoffentlich wieder! Euer Kailan! Ciao!